Lloyd Gallagher, FBI. Ich verfolge einen Verdächtigen. Er hat zwölf Leute getötet, 23 verwundet, sechs Autos gestohlen und das alles innerhalb von zwei Wochen. Ein Wesen aus dem Weltraum, ja? Es weiß jetzt, dass ich hinter ihm herbiege. Es wird versuchen, mich umzubringen. Ich vermute, dass die Polizeiakademie sie auf so etwas nicht vorbereitet hat. Play your pictures.